Hallo, wir sind jetzt in dem Shuttlebus und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Vlog event. Und hier ist die Michelle und auch ganz viele andere Leute. Hallo, wir sind jetzt alle und sitzen hier so rum. Wir sind jetzt alle, wir sind alle, wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle, wir sind alle. Wir sind gerade bei Lips 2 oder so und wir sitzen hier alle. Also wir sind jetzt gerade soweit durch und jetzt essen und danach gehts weiter. Und du hast dich gerade sehr schön geschminkt? Ja, ich weiß nicht. Findest du? Doch, doch schon. Würde ich schon sagen. Oh Gott. Oh verdammt, ich fühle mich. Das ist auch nicht schlecht. Einmal spontan gefilmt, warum auch nicht. Oh Gott. Oh jetzt aber. Ich hole mich. Ich hole mich an... Wir spüren! Bis zum nächsten Mal.